Auf jeden Fall, ja. Ich hab mal, wir haben mal, sind wir umgezogen, ich und meiner alten Freundin, damals mit meiner deutschen Freundin, wir hatten eine neue Wohnung und wir lagen so im Bett zusammen und erste Nacht, ne, und auf einmal hören wir oben so Geräusche, so Kinderschein, so Tische verschieben sich so. Also über euch hat nur jemand gewohnt. Genau, wir hören so Geräusche und so weiter. Und dann meine Freundin so, ey, was ist da, ich so, keine Ahnung, die so, hast du's gehört? Ich so, ja, ich hab's gehört. Die so, komm, lass uns mal gucken. Die so, geh mal raus. Die so, ne, geh du, so. Was? Echt? Ja, ehrlich, auf jeden Fall geht die so die Treppe hoch, so, ne, und die so, hallo, ich höre nur so, hallo. Auf einmal hörst du noch, wie sie so am Schrein ist und läuft so die Treppe runter, was mache ich? Reflex? Tür zu. Nein. Nein, man scherzt aus, nein, man scherzt, nein, man scherzt, ich mache Tür auf, die kommt drauf, nicht so, was ist los? Ich so, nichts, keiner macht den Tür auf. So, warum schreifst du denn? Ich so, einfach nur so. Ich so, Mann, hör auf. Und die so, ja, lass uns morgen bei unseren Nachbarn anrufen, bei unserer Mieter anrufen. Ich rufe unseren Mieter an, ich rede mit denen, ich so, ja, hey, sie müssen die Polizei rufen, bei uns oben, unsere Nachbarn, da ist was. Da ist irgendwas, wir haben gestern, da war Streit oder irgendetwas. Okay. Und dann so, hör ich nur noch, wie sie am Telefon sagt, aha, was meinen sie? So, ja, oben, die Nachbarn. Ja, so, welche Nachbarn? Die wohnen schon seit drei Wochen frei. Du verarschst. Du verarschst du, Bruder, ich krieg Gänsehaut, wenn ich dran denke. Du verarschst mich. Du verarschst mich. Du verarschst mich. Du verarschst mich. Und dann bin ich wieder reingezogen. Digga, warte. Hey, der meinte so, ich hab das irgendwie gehört, Mann, ich hab keine Ahnung. Vielleicht haben wir geträumt, aber wir waren beide. Aber kann das nicht sein, dass das vielleicht irgendwie eine Wohnung daneben war? Oder dass wir gedacht haben? Keine Ahnung. Aber das war so krass in dem Moment. Er so, ja, die Wohnung ist oben frei. Oh, mein Gott. Oh, ich hab Gänsehaut. Ah, ha, 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 ha.